Die nächsten Burschen, die jetzt soeben die Bühne betreten, die sind natürlich Garanten für gute Stimmung und immer für ein Späßchen zu haben. Und ja, ich bin davon überzeugt, auch die alte Eventfabrik wird jetzt gleich Ihnen gehören, denn egal wo auch immer Sie auftreten, haben Sie das Publikum gleich in Ihren Bann gerissen. Hier sind Sie jetzt mit der Kirchberger Nacht und so heißen Sie natürlich auch aus der wunderschönen Pfalz, kommen Sie zu uns, die Kirchberger! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020